Ich grüße euch, ihr wissbegierigen Minecraft-Freunde und Typen, die das Video angeklickt haben und mir zu sagen, dass sie Minecraft scheiße finden. Hallo? Ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut, um euch ein paar der erlesensten Minecraft-Informationen überhaupt präsentieren zu können. Präsentiert wird das Ganze in Nordop-O-Vision, das bedeutet, ihr hört seine Stimme. Wenn man einem kleinen Tierchen mit einem Namensschild den Spitznamen Dinnerbone oder Grum gibt, drehen sich diese um 180 Grad und chillen ein bisschen auf dem Rücken. Dieses kleine Easter Egg wurde von den Developern Nathan Adams mit dem Spitznamen Dinnerbone und Eric Bors aka Grum eingebaut. Das erklärt auch die Namensgebung der Monster, damit sie sich umdrehen. Wenn man aber wirklich, wirklich mutig ist, kann man einem Schaf auch den Namen Jeb-Unterstrich geben, was wieder ein Entwickler von Minecraft ist. Damit kommt ein Schaf in der schönsten Flower Power Rainbow Farbprache, die ihr je gesehen habt. Das funktioniert aber leider nicht in der russischen Minecraft-Variante. Es war einmal vor langer, langer Zeit, dass der schlanke, mit ausgeprägter Haarpracht gesegnete Mann, der den Namen Notch trägt, ein Bild tweetete. Tweetete es übrigens Emojis Wort des Tages. Das ist korrekt. Auf diesem Bild konnte man dann einen Spieler sehen, der auf einer Wolke herumläuft. Und das, meine Freunde, ist eine frühe Version des Flying-Moddes, welche, wie ihr sicher alle wisst, nicht so in das Spiel gekommen ist. Emoji ist sich zu 99,356% sicher, dass es eine Mod gibt, die genau das macht. Und ich bin es sogar zu 100%. Klugscheißer! Wo kam das denn auf einmal her? Das gute alte Badwock war ursprünglich mal unter dem Namen Adminium bekannt. Und nein, 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 leg die Element-Tabelle wieder weg, Adminium existiert nicht in der realen Welt. Das gab es nur mal in der irrealen Klötzchenwelt. Aber der Name ist eigentlich eine ziemlich nette Idee für einen Block, den nur Admins abbauen und platzieren können. Versteht ihr? Ad-min-s? Ad-min-ium? Haha, ich lache, weil ich es nicht verstanden habe und damit meine Unsicherheit überspielen will. Hat's geklappt? Und jetzt zum Schluss lüfte ich noch das geheimste Geheimnis überhaupt. Und zwar passiert der Inner Man auf dem Slenderman. Damit hat er sicher niemand gerechnet. Du hast mein gesamtes Weltbild zerstört. Ich muss dir ein großes Kompliment aussprechen, du Zuschauer, der eine Aufmerksamkeitsspanne von mindestens 3 Minuten hat. Du hast es tatsächlich bis zur Endcard geschafft. Wenn du jetzt sowieso schon mal hier bist, kannst du dem Video auch gleich mal einen Daumen nach oben geben. Und falls du jetzt Lust auf Minecraft bekommen hast, klick mal auf das Video von NoDob. Da gibt es jede Menge Ad-min-ium zu entdecken. Ernsthaft, da solltest du wirklich draufklicken. Schließlich schuldest du ihm noch Geld. Und das will er jetzt haben.